Herzlich Willkommen auf dem Freestalks-Kanal zusammen mit Fit4Finanzen bei Aktien im Fokus. So heißt das Format und da fangen wir auch wieder mit A an in dieser Woche, nämlich mit Adobe Systems. Da wird es grafisch sehr anspruchsvoll und lassen wir uns mal überraschen, wie der Roland gleich zu sehen ist. Guten Morgen Roland. Hallo Andreas, schönen guten Morgen. Das ist aber schön bunt geworden bei dir. Vielen Dank. Heute wird es kreativ bei uns, von daher der passende Hintergrund hier für die Kreativen. Es geht um die Adobe Aktie, sicherlich einen der großen Tech-Riesen und Software-Pioniere und die schauen wir uns noch mal etwas näher an. Bevor es überhaupt ins Bewegtbild oder ins Internet ging, war Adobe ja schon aktiv und hat ganz kreativ für damalige Zeiten zumindest den PDF-Standard hervorgehoben. Das nutzen wir immer noch, da denken wir gar nicht mehr drüber nach. Genau, hat sich etabliert, hat sich durchgesetzt und bis heute nutzt, denke ich, jeder auch diese entsprechende Vordruckstufe, um dann entsprechend sehr einfach diese Datenformate entweder zu teilen oder dann entsprechend natürlich auch auszudrucken und anderweitig zu nutzen. Mit Photoshop ging es dann entsprechend auch schon sehr, sehr früh los, zunächst auf dem Mac entsprechend, aber später auch unter Windows etabliert bis heute das meistgenutzte Bildbearbeitungsprogramm. Ja, was früher auf eine Diskette passte, das später auf mehrere CDs oder auch auf DVDs und dann wurde das Ganze in die Cloud verlagert. Da sind wir auch heute angekommen in der Cloud und zusammen mit KI. Das ist eine Kombination, die ja auch bei anderen Aktien schon zu Höhenflügen verhalf. Ja, das auf jeden Fall und auch bei Adobe hat es ja insbesondere im letzten Jahr sehr, sehr gut funktioniert. Man hat den Wandel ja auch geschafft zu diesem Abo-Modell. Letztendlich gilt da ja sogar als Pionier, muss man sagen, der große Pionier, der es geschafft hat, letztendlich diese Transformation zu einer Abo-Software aus der Cloud. Und das ist eigentlich eine der letzten großen Transformationen auch am Tech-Markt gewesen. Ja, und wenn man in die Produkte selber reinschaut und dazu haben wir ja auch mehrere Videos zu Adobe bereits hier im Kanal erstellt, die tiefer drauf eingehen, kann man auf alle Fälle sagen, man kann mit Text arbeiten, man kann alles vermischen. Also Sound, Textvorgaben, Bilder selber hochladen, um sich da selber mit Musik auch eigene kreative Endstücke zu bauen, die dann vor allem in Marketingagenturen zum Einsatz kommen. Ja, da hat man sich sehr breit aufgestellt in den letzten Quartalen und Jahren, insbesondere was diese sehr einfachen Tools hier anbelangt, die man dann aus der Cloud heraus nutzen kann, um einfach sehr schnell Bilder zu erstellen mithilfe von KI oder auch entsprechende Musik zu generieren. Ich habe mal aufgelistet, was es alles für Tools gibt. Also das fängt alles mit Adobe an. Soweit war ich damals schon vorgedrungen, aber das erschlägt einen ja förmlich. Es gibt für alles ein extra Tool zumindest, was in der Cloud liegt. Ja, es gibt natürlich die großen bekannten Programme mit Adobe Photoshop, mit Premiere Pro entsprechend, mit After Effects und so weiter. Aber es gibt auch viele unbekanntere Dinge, die gerade auch vielleicht nur Spezialisten hier auch nutzen. Ja, wir sind auch keine Spezialisten, aber wir können zumindest mit den KI-Tools umgehen, die so umgangssprachlich genutzt werden. Zum Beispiel mit ChatGPT. Da kann man mittlerweile ja auch Bilder hochladen, die verfremden lassen. Dann kommen zum Beispiel solche Dinge raus wie The Wolf of Wall Street. Ja, die Konkurrenz wächst natürlich. Mittlerweile kann man auch mit vielen anderen Softwarelösungen und insbesondere KI-Lösungen wie ChatGPT dann auch Bilder erzeugen entsprechend. Also man kann sich nicht nur die Infos oder Texte generieren lassen, sondern es funktioniert mittlerweile auch sehr, sehr gut für Bilder. Und da kommen dann natürlich auch solche interessanten Fotos dabei herum. Bei Adobe selbst sieht das aus meiner Sichtweise her noch ein bisschen professioneller aus. Sie sind da natürlich auch schon länger mit der Bildbearbeitung hier betraut und sind da auch der Marktführer. Und da kann man sich durchaus Tiere, die es in der Welt gar nicht gibt, konzipieren lassen, die zum Verwechseln ähnlich aussehen oder zumindest so einen Schmuse-Charakter mitbringen. Ganz genau. Das hat man ja auch auf der Adobe Summit 2024, diesem Event nochmal betont, dass das auf jeden Fall die Zukunft ist, diese Einbindung von KI, dass man da wirklich zusätzliche große Wachstumschancen sieht entsprechend. Und da investiert man jetzt auch sehr groß, das muss man sagen. Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben sind angestiegen in den letzten Quartalen, weil das scheint in der Tat die Zukunft zu sein. Und hier versucht man auch weiterhin eine Vormachtstellung zu haben. Die Konkurrenz ist groß, aber man schläft in der Tat nicht und kann hier auch sehr, sehr schöne, insbesondere Bildlösungen dann bieten. Ja, und vor allem DaVinci Resolve und so weiter. Diese Tools gibt es ja teilweise in abgespeckten Versionen auch kostenfrei. Und da muss Adobe mit dem Abo-Modell zum Beispiel auch an allen Ecken und Enden rabattieren, wie man aktuell auf der Homepage finden kann. Denn da bezahlt man ja noch an vielen Ecken. Trotzdem wuchs man im letzten Jahr sehr, sehr ordentlich in allen Regionen der Welt, was ja auch dem Umstand geschuldet ist, dass die ganzen Cloud-Daten auch mit ein, zwei Klicks in alle Sprachen übersetzt werden können. Ja, ganz genau. Wachstum ist weiterhin vorhanden. Aber wir haben jetzt schon gesehen, es ist leicht abgeschwächt, die Wachstumsraten schon im letzten Quartal. Das war ja auch der Grund für den Einbruch nach den letzten Quartalszahlen, weil das Wachstum ein bisschen abgeflacht ist und letztendlich der Ausblick auch nicht so groß war, wie er vormalig von den Analysten auch prognostiziert worden war. Ja, also die Entwicklung weiter auf Wachstumskurs, was die Umsätze angeht, nicht mehr so stark. Und von den Marschen her, die dürften auf demselben Level bleiben. Die Quartalszahlen kommen erst nächste Woche über die Ticker. Aber wie du schon gesagt hast, viele Investitionen im Bereich KI, die fordern natürlich auch ihre Kosten. Ja, die fordern ihre Kosten letztendlich. Und ja, vormalig war man ja eigentlich eine echte Cash-Maschine, könnte man sagen, seit man auf dieses Abo-Modell umgestellt hat. Und jetzt ist es so, dass man in der Tat auch wieder etwas mehr investiert. Ein negativer Punkt ist natürlich auch, dass diese Übernahme von Figma letztendlich gescheitert ist. Ja, da hat man ja auch sehr, sehr lange geplant. Und das ist auch so ein kleiner Wermutstropfen letztendlich, dass das doch schiefgegangen ist letztendlich. Und ja, so sieht es in der Tat so aus, dass auch, ich denke, sogar die Adobe-Bilance es verkraften könnte, wenn die Margen etwas niedriger wären, als sie vielleicht auf dem Hoch waren, ohne dass es da auch zu Problemen käme entsprechend. Und auch künftige Milliardendeals oder auch Aktienrückkaufprogramme sind hier sicherlich nicht gefährdet bei diesen sehr, sehr guten Fundamentaldaten. Apropos Hochs, die Hochs bei der Aktie, die liegen auch schon ein Stück weit zurück. Dieses Jahr war bisher kein gutes Jahr. Natürlich, wenn man die Aktie jetzt zehn Jahre oder länger hält, dann ist das alles super. Aber im aktuellen Jahr minus 23 Prozent, das ist weit hinter dem Markt hinterher. Wenn man es positiv formuliert, wird die Bewertung für die Aktie dadurch attraktiver. Ganz genau. Die Bewertung kommt hier entsprechend zurück und wird sicherlich hier dadurch attraktiver. Und ja, die Luft wurde etwas rausgenommen in Sachen Bewertung, könnte man sagen. Und weil die Fundamentaldaten nicht mehr ganz auf dem hohen Niveau sind, wo sie schon mal gelegen haben. Aber aus der Sicht eines mittel- bis langfristigen Anlegers hat der Softwaregigant vielleicht doch die ein oder andere Vorschusslorbeere dann auch verdient. Und mittelfristig weiterhin sicherlich ein sehr interessanter Wert, auch wenn es dann vielleicht die nächste Welle hier auch im KI-Bereich gibt, wo man ja gerade sehr, sehr viel investiert. Und das denken sich auch die Analysten, die mehrheitlich mit Kaufratings noch bei der Stange sind. Der Abstand zum durchschnittlichen Kursziel ist immerhin 35 Prozent über dem jetzigen Kurs. Ganz genau. Die Aktie kam stark zurück. Das mittler Kursziel noch über der 600-Dollar-Marke und andere Analysten sehen sogar Potenzial bis in den Bereich von 700 Dollar. Also insgesamt sehen doch hier viele Analysten noch deutliches Potenzial. Ja, wie sieht es denn vom Aktienkurs aus? Du hast das FreeStocks-Tool ja schon gestartet. Ja, schauen wir uns die Aktie zunächst im Wochenchart an entsprechend. Und dann sieht man, ein neuer Allzeithoches konnte die Aktie auch nicht liefern in diesem Jahr, sondern die gehen schon zurück. Hier aufs Jahr 2021. Das Jahr 2022, das haben wir auch gesehen in der Übersicht, war sehr, sehr schlecht. Gefolgt von einem sehr, sehr guten Jahr 2023. Aber es ist letztendlich hier auch nicht gelungen. Und das sieht man dann auch noch besser, wenn wir mal in den Tageschart umschalten, über diese Hürde von ca. 640 Dollar auszubrechen. Die Aktie kam zurück und hat dann hier ja letztendlich den negativen Turnaround im März diesen Jahres hingelegt. Die gleitenden Durchschnitte zeigen die abwärtsgerichtete Anordnung hier entsprechend. Und die Aktie ist in der Tat wieder mittelfristig in einen Abwärtstrend übergegangen. Zu den letzten Zahlen gab es hier entsprechend schon dieses große Gap hier Mitte März. Und das konnte auch nicht geschlossen werden, sondern die Aktie hat neue Tiefs ausgebildet, hat dann auch diese vormalige Unterstützung entsprechend gebrochen, von unten getestet. Und dann gab es den nächsten Schub hier auf der Unterseite, spätestens seit der 50-Tage-Durchschnitt dann hier von unten getestet worden ist. Und aktuell sieht es in der Tat auch noch nicht nach einer Bodenbildung aus. Also ich denke, die Quartalszahlen stehen in Kürze an. Und das könnte durchaus vielleicht, je nachdem wie diese Ausfallen, sogar noch zu einem weiteren Druck führen. Sehr wichtig ist für mich diese Hürde von 400 Dollar. Das ist eine sehr wichtige Unterstützung. Das ist der vormalige Ausbruchsbereich aus dem Jahr 2023 und könnte zumindest zu einer mittelfristigen Gegenbewegung führen. Ansonsten, ja, über 500 Dollar hält sich das Bild dann auch wieder merklich auf. Und man könnte dann entsprechend auch auf der Oberseite sich vielleicht noch besser positionieren. Wir bleiben dran am Thema und an der Aktie, die ja als Marktführer sicherlich in unserer Berichterstattung noch öfters Anklang findet. Danke für die vielen Infos, Roland Jägen und bis bald in der Cloud oder sonst wo. Sehr gerne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.